Kevin Stöger, absolute Kickbase-Legende. Aber es geht nicht, Leute. Wir können das nicht machen. Und damit Moin und Hi zu Liga Insider Daily mit mir, dem Max. Wir ranken heute die Top 20 Bundesliga-Mittelfeldspieler wieder gemessen an ihren eigenen Ansprüchen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und dann würde ich sagen, viel Spaß und rein ins Video. So, da sind wir wieder auf unserem schönen Ranking-Tool und vielleicht nochmal ein kurzes Wort zu dem Verteidiger-Ranking. Also, mir ist schon klar, dass ein Upamecano oder ein Davies besser sind eigentlich als ein Mitchell Weiser. Es ging ja nur darum darzustellen, wie gut die Saison eigentlich ist, gemessen an den eigenen Ansprüchen. Also, es hat ja niemand erwartet, dass Weiser so eine gute Saison hinlegt und dann noch bei einem Aufsteiger. Also, ich hoffe, ihr versteht irgendwo, was ich meine. Jetzt aber Mittelfeldspieler. Ich möchte Offensive und Defensive in einem Ranking haben, aber keine Sorge. Wir werden da differenzieren und nicht irgendwie aufgrund der Tore einen Defensiven mit einem Offensiven vergleichen. Also, keine Panik. So, und damit rein. Wir brauchen einen Namen und ich nenne es einfach mal... Super kreativ, ich weiß. Unsere Kategorien. Okay, also, auf der 1. Lothar. Ganz klar. Dann Basti Schweinsteiger. Michi Ballack auf der 3. Und dann gehen wir mit Thorsten Frings auf der 4. Das unsere Kategorien. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Und eine Sache vorweg. Natürlich, alle, die hier aufgezählt sind, spielen eine gute Saison. Sonst wären sie nicht dabei im Ranking. Also, die, die ich ganz runterpacke, die spielen natürlich immer noch eine ordentliche Saison. So, Vataro Endo. Der sticht natürlich raus beim VfB als einer der wenigen. Neben Sosa und Mavropanos. Hat den Laden hinten, ja, ganz gut dicht gehalten. Wenn man das so sagen kann. Trotz Tabellenplatz 16. Gehört aber immer noch zu den besten Zweikämpfern in der ganzen Liga. 88er Punkteschnitt mit 2 Torbeteiligung. Also, alles in allem eine ordentliche Saison. Aber auch keine überragende. Und deswegen packe ich den erstmal zu Michael Ballack. Dann geht's weiter mit Maxi Arnold. Und der hat mich krank überzeugt dieses Jahr. Also, kam nicht so richtig rein in die Saison. Aber gerade in den letzten 5 Spielen. 2 Tore, 2 Assists als zentraler Mittelfeldspieler. Steht bei 123 Punkten im Schnitt. Und hat natürlich maßgeblichen Anteil daran, dass die Wölfe auf dem 7. Tabellenplatz stehen. Jetzt ist nur die Frage, wohin mit dir? Schweinsteiger oder Matthäus? Ich glaube aber erstmal Schweinsteiger. So, dann Leon Goretzka. Der hat eigentlich eine ganz gute Saison. Das Pech nur gehabt, dass er ja zwischenzeitlich sich operieren lassen musste am Knie. Aber trotzdem 3 Tore, 1 Assist. Der hat auch gar keine Anlaufzeit gebraucht, als er wieder zurückgekommen ist. Also, der hat auch gar keine Anlaufzeit gebraucht, als der wieder zurückgekommen ist. Sabitzer sofort wieder verdrängt. Also, nicht wegzudenken bei den Bayern. Und ich packe den mal zu Schweinsteiger. So, Vincenzo Grifo. Da brauchen wir nicht so viel zu sagen. Der spielt die beste Saison seines Lebens. Ich packe den mal direkt hier rein. Neun Tore, zwei Assists. Mittlerweile der beste italienische Torschütze der Bundesliga. Also, hat Luca Toni abgelöst. Schön den hier gemacht. Und der hat sich mal schön den Titel da eingeheimst. Also, ganz klar unser erster Mann für die Kategorie Lothar Matthäus. Dann weiter mit Anton Stach. Der hatte so ein kleines Zwischenhoch, meine ich. Wo der zwei, drei Torbeteiligungen relativ schnell hintereinander gemacht hat. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von seinem Spiel. Möchte aber trotzdem die Leistungen natürlich anerkennen. Aber wenn ich so schaue, was wir bis jetzt gerankt haben. Dann ist das für mich derjenige mit der bislang schwächsten Saison von denen. Und deswegen packe ich den mal zu Thorsten Frings. So, und viele von euch würden sich jetzt sicherlich den Move hier von mir wünschen. Und ich würde es gerne machen. Kevin Stöger, absolute Kickbase-Legende. Aber es geht nicht, Leute. Wir können das nicht machen. Obwohl seine Saison gar nicht so schlecht angefangen hat. Mit einem Tor und einer Vorlage. Aber dann ging es relativ schnell bergab. Dann kam gar nichts mehr. Jetzt darf man nicht vergessen, dass der natürlich auch beim VfL Bochum spielt. Da ist es eh schwer, irgendwie offensive Akzente zu setzen. Ja, was machen wir jetzt? Mit viel, mit viel, mit ganz viel Wohlwollen packen wir den rein bei Michael Ballack. So, dann Joshua Kimmich. Und auch da brauchen wir nicht lange drüber zu reden. Der spielt mal wieder eine bombastische Saison. Bei der WM hat er mir nicht so gut gefallen. Dafür bei den Bayern umso besser. Der absoluter Mittelfeldmotor ist dafür alles zuständig. 180 Punkte im Schnitt. Ich denke, das spricht für sich. Wenn er das durchzieht, dann knackt er vielleicht sogar den Kickbase-Rekord. So, Jonas Hofmann. Auch der hatte Schwierigkeiten zu Beginn der Saison. Hat sich dann aber reingefuchst. Und steht mittlerweile auch bei so einem 130er-Schnitt. Der ist natürlich immer gefährlich. Gerade bei Standards. Wenn du so einen Benzebaini in der Mitte hast, ist da immer was möglich. Mittlerweile auch schon fünf Saisontore, vier Vorlagen. Also für Matthäus reicht es auf gar keinen Fall. Aber ich würde mal reingehen mit Bastian Schweinsteiger. Rani Khedira, der passt eigentlich gar nicht rein. Der steht bei 66 Punkten oder so. Oder 64 im Schnitt bei Kickbase. Kein Tor, keine Vorlage. Obwohl, gut, das ist auch nicht sein Job. Daran wollen wir ihn nicht messen. Aber trotzdem steht sein Team auf Platz 5. Und der ist einfach das Herz dieser Mannschaft. Arbeitet da so viel weg. Kann natürlich nicht mithalten mit den Top Guns. Aber trotzdem finde ich, hat er seinen Platz in diesem Top 20, in diesem Ranking verdient. Auch wenn wir ihn jetzt erstmal zu Thorsten Frings packen. Und ich finde, das passt sogar ganz gut vom Spielstil. Dann haben wir Baumgartner von Hoffenheim. Und den packen wir auch mal direkt zu Michael Ballack. Der spielt eine ordentliche Saison. Nichts, wonach man sich jetzt umdreht. Vier Tore, zwei Vorlagen ist okay. Als offensiver Mittelfeldspieler nicht mehr und nicht weniger. Jetzt kommen zwei dicke Fische. Erstmal Daichi Kamada. Und ganz ehrlich, was spielt der für eine kranke Saison. Also hat nicht den nächsten Schritt gemacht. Sondern gleich mal die nächsten beiden. Und steht bei einem 132er-Punkteschnitt. Dazu hat er zwei Spiele noch wirklich verkackt. Gegen Bochum und gegen Wolfsburg. Wenn die noch normal gewesen wären, dann wäre das Ganze nach oben noch weiter eskaliert. Und deswegen packe ich den jetzt kurz und schmerzlos einfach rein bei Matthäus. Ich könnte auch verstehen, wenn ihr argumentiert, der ist nicht auf einer Wellenlänge mit Grifo, Kimmich und so weiter. Packt den noch einen runter. Aber ich möchte das würdigen, wie krank der sich entwickelt hat. Und deswegen kommt der noch einen hoch. Ja, auch Musiala geht fix. Also der kommt hier rein. Gar keine Diskussion. 178 Punkte im Schnitt. Neun Tore, sechs Vorlagen in zwölf Partien, in denen er von Anfang an gespielt hat. Auf dieser Position im offensiven Mittelfeld, da spielt er für mich europaweit in einer eigenen Liga. Und ich habe so oft schon gesagt, der erinnert mich von seiner Spielweise so krass irgendwie an Lionel Messi. Dieser tiefe Körperschwerpunkt. Dieses Lösen aus diesen nahezu unmöglichen Situationen. Und der ist für mich einfach zukünftiger Weltfußballer. Punkt. Gut. Ist so. Elias Giri, natürlich ein wichtiger Faktor für den 1. FC Köln. Sonst wäre er nicht so umworben. Aber auch das ist jetzt nichts, was dieses Jahr besonders heraussticht. Und auch da gibt es einen kurzen Prozess. Der kommt rein. Bei Thorsten Frings. Bei Jude Bellingham werden ja immer wieder so Stimmen laut. Die sagen, boah, der Typ ist krass overrated. Der wird seinem Hype gar nicht gerecht. Ganz ehrlich? Bullshit. Der Typ ist phänomenal. Punkt. Habt ihr mal gesehen, was der Typ für eine Ausstrahlung hat? Was der für eine Aura hat? Wie der sich vor seine Mitspieler stellt? Wie der verteidigt? Wie der angreift? Der macht hinten Angriffe zunichte. Der schießt selber Tore. Der ist überall und gehört für mich vielleicht aktuell sogar zu den besten 5 Mittelfeldspielern auf der ganzen Welt. Und deswegen auch hier kurz und schmerzlos. Der muss zu Lothar Matthäus. Alles andere wäre ein Witz. So. Das musste raus. Die für mich vielleicht größte Überraschung in dieser Saison bis jetzt. Dodi Lukebakio von Hertha BSC. Der kam wirklich völlig aus dem Nichts. Wie der Phönix aus der Asche. Also ich meine, letztes Jahr bei Wolfsburg gar nicht klar gekommen. Dieses Jahr dann zurück zur Hertha. Sollte verkauft werden. Ist dann aber doch nicht gegangen. Und das hat sich wirklich gelohnt für die Berliner. Sieben Tore schon geschossen. Der mit Abstand zuverlässigste Stürmer bei der Hertha. Und dazu ein Punkteschnitt von über 100 Punkten. Dodi Lukebakio. Der hatte letztes Jahr, ich habe geguckt, 36 Punkte im Schnitt. Leute, das ist wirklich ein krasses Glow-Up. Und deswegen hat er sich seinen Platz bei Bastian Schweinsteiger definitiv verdient. Moussa Diaby war neben Frimpong für mich einer der Lichtblicke bei Bayer Leverkusen in einer echt schwachen Hinrunde. Immerhin sechs Tore, drei Assists und gerade zum Ende hin sehr stark. Fußballerisch einer der Besten in der Liga. Hinten raus dann wirklich gefangen. Und deswegen bekommt auch der seinen Platz bei Bastian Schweinsteiger. Und jetzt kommt der Spieler mit dem vielleicht lustigsten Kick-Bass-Profil. Jesper Lindström. Also immer ein roter Balken, grüner Balken. Roter Balken, grüner Balken. Roter Balken, grüner Balken. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Also die Inkonstanz in Person. Ich denke, das kann man so sagen. Hat wahnsinnig gute Spiele, aber auch echt enttäuschende. Und deswegen packe ich den rein bei Michael Ballack. Ähnliches gilt für Mario Götze, der ein gutes Comeback. Ein gutes Bundesliga-Comeback gefeiert hat. Ich denke, das kann man schon so sagen. Ich habe das nicht erwartet, dass er sich so festspielt bei der Eintracht. 15 Mal von Anfang an in allen 15 Spielen also auf Platz gestanden. Auch der gute Spiele dabei gehabt, weniger gute Spiele dabei gehabt. Aber nicht umsonst hat ihn ja auch Hansi Flick für die WM nominiert. Aber auch den würde ich jetzt mal im Vergleich mit den anderen eher zu Michael Ballack packen. Jetzt haben wir noch zwei übrig. Dominik Sobosley, der spielt echt eine gute Saison. Also vielleicht hat er genau dieses eine Jahr gebraucht, um durchzustarten. Letztes Jahr noch Ladehemmungen gehabt. Dieses Jahr nicht mehr wegzudenken bei den Roten Bullen. Ein Tor schon geschossen, aber vor allen Dingen in Erscheinung getreten durch seine Vorlagen. Also sieben Mal schon assistiert. Und natürlich gerade bei Standards extrem gefährlich. 133 Punkte im Schnitt und in den letzten acht Partien sieben grüne Balken hingezaubert. Also da springt jedes Managerherz. Ich schwanke so ein bisschen zwischen Matthäus und Schweinsteiger. Spielt wirklich eine gute Saison. Aber wenn wir das mal vergleichen, so mit Hofmann, mit Arnold. Ihr habt einen ähnlichen Punkteschnitt. Auch Diaby. Dann denke ich, passt das bei Bastian Schweinsteiger. Und zu guter Letzt Leroy Sané. Der ist so ein bisschen der Rotation zum Opfer gefallen bei den Bayern. Achtmal nur von Anfang an. Trotzdem fünf Tore und drei Vorlagen. Also auch der performt nach Einwechslung gut. Ich würde den jetzt nicht nach vorne packen, aber relativ dicht dahinter. Also auch zu Bastian Schweinsteiger. Wie gesagt, macht eine gute Spielzeit und wird den Bayern noch extrem helfen in der restlichen Saison. Das war's mit unserem Mittelfeld-Ranking. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum Bundesliga-Check. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. 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 Vielen Dank.